Ermey, du hast dich gerade für den Pro-Schild qualifiziert. Yay! Jetzt will ich mal den ganzen Bullshit, den wir so bei uns haben, verkaufen. Ähm, Zell. Den Eisenschild brauche ich nicht mehr. Den Riesenhammer brauche ich nicht mehr. Den Goldhem brauche ich nicht mehr. Den Metallschild brauche ich nicht mehr. Das Kraftschirm brauche ich noch. Scharfer Bogen, den habe ich gar nicht geguckt. Equip für Bo. Scharfer Bogen, ist der besser als deiner? 143, gut. Dann brauchen wir den Giftbogen nicht. Okay, auch wenn ich ihn nicht mag, ich muss gucken, ob der Speer ihm was bringt. Kann ja sein, dass ich ihn irgendwann echt nochmal brauche, den Kerl. So, alter Speer. Ja, der bringt auch noch was, gut. Ähm, Zell. So, dann zelle ich die Pole, die Ratschen, den Wuthammer, das Kettenhemd und das Metallschild. So, jetzt habe ich den Arsch voll mit Geld. Das ich eigentlich wieder mal ausgeben könnte für den Pakt. Nein, nicht Kräuter. Fragezeichen. Was macht nochmal ein Trank? Gib verlorene Kapit zurück. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich gucke mal ein bisschen mich jetzt um. Bei? Nein. Keine Wollhrube. Woll klingt schwach. Bei. Also er hat den besten Bogen. Plattenrüstung. Kaufe ich erstmal eine zum Test. So, Rüstung. Plattenrüstung. 174. Bullshit. 169. Bullshit. 157. Perfekt. Dann hätten wir noch diesen Waffenladen hier. Der hat mir noch zu bietern. Stab für niemanden. Visier für einige. Eisenrüstung. Auch eine zum Test. Rüstung für ihn. Eisenrüstung. Dies geht gleich an ihn. Gut. Ich habe keine Lust zu viel zu kaufen, sonst bin ich gleich wieder pleite. Kaufen. Das Klee bringt mir noch nichts. Lichtschild. Lederrobe. Dorn im Klee. Lederrobe. Einmal. Ich mag Gobi nicht. Gobi kriegt's in Inventar. So, jetzt nicht. Ähm. Willkommen. Ich will noch haben. Zwei Sets. Ahana. Und definitiv ein paar Möbelts. Zack. 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 Fragezeichen. Was bringt Schirms? Mach dich wieder gesund. Nein. Aber die Möbelts stacken doch, ne? Die Möbelts. Wo sind sie? Bitte sag mir die Möbelts stacken. Sonst habe ich hier sieben Möbelts. Zwei könnte ich mir noch kaufen. Will ich jetzt aber nicht. Ähm. Dann würde ich sagen, werde ich noch einmal was verkaufen. Ich werde noch verkaufen. Was könnte ich denn noch verkaufen? Die Jagdclobes. Und die, nein, die Lederrobe will ich gleich noch ausrüsten. Genau. So, dann kaufe ich noch zwei Möbelts. Eins, zwei. Und wenn ich einen vollen Stapel habe. Ich rüste aus die Lederrobe. Das ist mir eine gute Wahl. Gut. Dann verkaufe ich die Vollrobe, die wir schon hatten. Und mache mich auf den Weg zum Vulkan. Von dem wir jetzt glücklicherweise wissen, dass er hier oben war. Und den wir auch schon glücklicherweise... Moment, wie komme ich nach... Ah, so. Das ist mir jetzt beschissen gekommen. So, da ist der Vulkan. Auto Battle Banes. So, hier rein. Und ohne lange zu mucken. Gehen wir nach links. Gehen wir nach links. Gehen wir runter. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie echt. Kahn, kümmere dich mal drum. Kahn, Banes. Mane, Kiel. So. Und so. Erledigt. Nicht erledigt. Ox auf den rechten. Nina auf den rechten. Mane auf alle. Kahn auf den rechten. Ich dreh voll am Rad, zu wenn ich dieses Spiel spiele, weil es mich so langsam verrückt macht. La 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 la. La la. Zwei Ronde spiele gleichzeitig. Ich war verrückt. Ich musste irgendwann voll am Rad drehen dabei. Oh yeah. Oh yeah. Oh wow 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 wow. War das die richtige Tür? War das die richtige Tür? Nein, das war die falsche Tür. Nein, das war die falsche Tür. Dann war die richtige hier. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yo, 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 das ist die Treppe, die Treppe zum Rücken und da kommt einer rein mit einem Käfer. Ich dreh voll am Rad, ich hoffe, da stört euch nicht. Moment noch, habt ihr Pech gehabt? Ich möbel Arme-Blobs, 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 Ar Ahhhh... 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 Emma ist tot. Oh yeah! Ähm... Dann kann ich ja mal präsentieren, wie Belebung aussieht. Uhuhuhu! Genesung! Zack! So, jetzt will ich ihn definitiv heilen. Ich will definitiv alle mal heilen. Ich drehe grad so am Rad, dass es nicht gut, dass ich nicht mal mehr merke, dass Emma krepiert. So, Vulkan! Und nochmal dieses Team. Ich hasse es so sehr, so sehr, so sehr. Es ist tot, es ist tot, es ist tot. Der eine ist tot. Und er nervt mich nicht mehr. Er nervt mich nicht mehr. Er ist tot. Und der Rest sitzt auf. Der Rest sitzt auf. So, wir legen das Ei jetzt da rein. Plumps, das Ei wurde größer. Du bist bereits zurück. Was soll die Eile? Ich wollte etwas mehr schlafen. Die Welt ist im Chaos. Du brauchst meine Hilfe. Okay, lasst uns gehen. Hat sie jetzt auch meine Hilfe angenommen? Ist sie jetzt auch in meinem Team? Du musst müde sein, du kannst dich auswohnen, bis sie ihren Move machen. Oh mein Gott, wer ist sie denn jetzt bitte? Ausgang. Beben 3 bis 5. Beben 5 bis... Bumm. Sie klingt interessant. Aber ich werde sie nicht nehmen. Sie haben endlich einen Move gemacht. Bitte, Bloi, nutze deine Magie. Natürlich! Geh la-ge-la-ge-la. Das klingt nach einem krassen Zauberspruch. Wenn du es richtig machst, bekommst du deine Lizenz zurück. Gobi. Äh, ich bete im Namen. Bitte im Namen. Ähm, spreche im Namen. Schwöre im Namen. Ja, viele stoppen die Waffe. So, endlich richtig. Und wir fliegen mit einem Fischi. Wie ist es da draußen? Der Feind nähert sich schnell. Stoppt sie. Verteidigungs... ähm... Wir haben unsere Verteidigung verstärkt. Viel Glück. So, Fischi. Reality to surface. Oh Gott. Okay, das ist schlecht. Wir sind... Wir können nicht fliehen, Bloi. Wir brauchen ein paar tolle Moves. Hm, das wird interessant. So, was machst du? Nun, wirst du meine wahre Kraft sehen. Typhoon Käfer, mach deine Arbeit. Ähm... Nee! Okay, los, Typhoon Kä... Das ist aber ein krasser Käfer. Ähm... Was? Da sind wir noch... Ähm... Dark Dragons, was passiert? Sie flieht... Okay, was ist passiert? Sie tauchen. Sie tauchen. Oh mein Gott. Ich stoppe den Feind. Beeilt euch. Und wer will mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Mein Bildschirm, in dem er schwarz wird. Okay, das ist mal eine krasse Schlacht. No, get away from me. Okay. Hm, mein Team wird aussehen. Ich nutze ihn selbstverständlich super awesome Kahn. Ich möchte mal was anderes ausprobieren. Was passiert, wenn ich Ox rausnehme? Kriege ich dann zum Beispiel eine andere Fusion mit ihm? Kahn fusioniert immer mit den beiden. Okay. Das war das, was ich wissen wollte. Die geht wieder raus und Ox kommt rein. So. Das ist mein Team. Immerhin, du kümmerst dich um den Leader, um den Anführer. Und diesmal wieder zu einem Krebs. Was ist mit diesen Generälen los? Müssen die sich immer in irgendwelche Meerestiere verwandeln? Oh, warum ein Krebs? Pinscher. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich mache nicht viel Nahkampfschaden. Dann muss ich sein. Attacke boosten. Boostoren. Na komm, Power up. Jetzt macht Ox statt 25. Ganze. Okay, aber EMA ist wieder mal krass. EMA ist so krass. Ich habe den jetzt mal so halb geplättet. Hier. Gleich. Tod. Tod. Yay. Kein Effekt. Ich gebe dir gleich mal keinen Effekt. Hallo, seine Lebensleistung ist leer und du erzählst mir mal schon keinen Effekt. Mega Heap. Immer noch? Oh Gottchen. Was macht er jetzt? Blitz. Okay. Konter. Und... Konter. Gut. 70. Aber das wird interessant, wenn er noch einen Blitz macht. Das wird echt interessant, wenn er noch einen Blitz macht. Heilung 2 auf dich. Du kannst angreifen und du nutzt Heilung 3 auf meinen kleinen Drachen. Definitiv auf meinen Drachen. Oh mein Gott. Wenn EMA fällt, ist die Sache vorbei. Okay. Mag's sein, dass ich mich... Oh, fertig. Bläue Rechtsstufe 20. F-Ball erlernt. Gobi Rechtsstufe 21. 25. Perfekt. Perfekt.